Star News Der britische X-Faktor-Juror Simon Cowell ist seit Valentinstag Papa. Auf Twitter postete er nun die ersten Bilder seines Sohnes Eric und man merkt deutlich, wie stolz der frischgebackene Daddy ist. Vom Frauenschwarm zum Schmosepapa, das ging schnell. Noch bis vor einem Jahr war Simon als Schürzenjäger berühmt berüchtigt und auch mit seiner aktuellen Freundin Lauren Silverman hagelte Skandale. Schließlich ist Laurence noch Ehemann der beste Freund von Simon gewesen. Nun ist das Familienidyll bei Simon aber perfekt, wie es scheint. Glückwunsch!